Mit Hilfe des zuvor gefertigten Muttermodells wird zunächst eine geteilte Kokille hergestellt. Diese wird dann im Spritzgussverfahren unter Druck mit flüssigem Wachs gefüllt. Für die Fertigung des Modells ist anstelle von Wachs auch thermoplastischer Kunststoff geeignet. Ist die Masse ausgehärtet, so lässt sich das Wachsmodell der geteilten Form entnehmen. In Handarbeit werden die einzelnen Wachsmodelle mit dem Angusssystem zu einer sogenannten Modelltraube oder einem Modellbaum montiert. Dazu werden die Wachsmodelle an der Verbindungsstelle angeschmolzen und mit dem Angusssystem verbunden. Die montierte und geprüfte Modelltraube wird nun in Ethylsilikat eingetaucht und nach dem Abtropfen und Vortrocknen mit Zirkonsilikatmehl besandet und dann getrocknet. Durch 6- bis 10-maliges Tauchen und Besanden entsteht schichtweise eine Maskenform aus einer feuerfesten Masse. Die Maskenform erreicht erfahrungsgemäß bei einer Wandstärke von etwa 5-8 mm eine ausreichende Festigkeit. Im nächsten Arbeitsgang wird das Wachs durch Erwärmen ausgeschmolzen. Die Modelle gehen hier also verloren, das Wachs kann aber nach dem Regenerieren zum größten Teil wiederverwendet werden. Die Form wird nun bei 800 bis 1100 Grad Celsius mehrere Stunden gebrannt. Damit ist die Maskenform keramisch gebunden. Sie kann nun vergossen werden. Durch die keramische Bindung hat sie eine genügend hohe Festigkeit, um den Gießdruck ohne Beschädigung aufnehmen zu können. Ist der Gusswerkstoff erstarrt, geschieht das Entformen durch Aufstauchen bzw. Ausklopfen, wobei die Maskenform zerstört wird. Hier geht also die Form verloren. Nach dem Gießen und Erstarren kann man die Teile durch Schleifscheiben oder Bandsägen vom Angusssystem trennen. Im Prinzip sind alle Gusswerkstoffe nach dem Modell-Ausschmelz-Verfahren gießbar. Ich verwende dann alles wahr und aufnahme der Grina für Schleifscheibe. Dar's mal